Bei uns bleibt kein Stein auf dem anderen. Mein Name ist Anna Berndreuther. Ich arbeite bei der Firma Berndreuther und Doralein Schotterwerke. Bei uns ist kein Tag wie der andere. Wir haben immer anspruchsvollere Bauchstellen, ein anspruchsvolleres Gelände und da ist es wichtig, dass sich unsere Fahrer zu 100% auf die Fahrzeuge verlassen können. Insgesamt haben wir bei uns mittlerweile einen Fuhrpark von über 40 MANs. Es war natürlich auch die Möglichkeit, dass wir einen der ersten neuen MAN bekommen, eine ganz große Ehre. Wir haben uns dann auch dazu entschieden, das Fahrzeug unter unseren Fahrern zu verlosen. Der, der das Fahrzeug gewinnt, darf das als ein Stammfahrzeug fahren. Die Glücksfee hat meinen Namen aus der Trommel rausgeholt. Es treibt mir natürlich schon ein Leuchten in die Augen, der Erste sein zu dürfen, der den neuen TGX 640 fahren darf. Also wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann gehen halt die Köpfe... Wow, geil, Alter! Ich fahre LKW mit Herz und Blut und du bekommst jetzt einen Nigel-Nagel-Nagel-Nagel-Man-TGX, der immer richtig Power hat. Das ist natürlich schon was anderes. Es gibt eigentlich nichts Geiles auf der Autobahn zu fahren. Musik auf Anschlag und dann auch Richtung Süden den Sonnenaufgang anschauen. Das ist einfach der Hammer! Das ist einfach der Hammer! ... ... Vielen Dank.